aber sowas von dann musst du eben ein bisschen saft geben die Dinosaur jetzt weiß ich jetzt weiß ich wie wir vegetarier davon überzeugen können Fleisch zu fressen wir luden einfach alle Bären weg das ist ne Idee warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen ja dieses mal kommt dieser Einfälle doch später eben kann sogar seine Wunsch für anbieten hm ja 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 Hier stehen auch noch so ein paar Bäume. Oh, die darf ich nicht anhören. Nee, die stehen unter Naturschutz. Unter Zukovaschutz. Da hab selbst ich das Nachsehen. Oh, nochmal 23.000. Das ist doch sehr schick. Müsste doch jetzt reichen, oder? Joa, es läuft halt vor sich hin, ne? Boah, sind jetzt knapp 50.000 dadurch. Hm. Boah, die stellen alle ganz fleißig her. Boah, jetzt noch mal das letztes Mal wagen? Wir können es versuchen. Wir haben knapp 2.000 Schuss fürs Sturmgewehr. Ich hab noch 100, ne, 93, 96 Schuss für die Schrotze. Aber Schrotze 130. 1129 hab ich für das andere, für das Sturmgewehr. Ach, hast du schon rausgenommen? Ja. Ah, okay. Hab ich mir ein Tausender rausgenommen. Hm. Dann hab ich jetzt auch nochmal 1.000 Schuss. Ja. Davon auch noch die Hälfte. Mal so gute 1.500 Schuss damit. Joa. Dann müsste das doch irgendwie machbar sein, oder? Äh? Man munkelt. Genau. Jetzt pack ich raus. Jetzt, um ein bisschen leichter zu werden, weil ich bin voll, ey. Noch mal ein bisschen Rot-Money. Brauch ich nicht. Den Cryopod freu ich nicht. Den auch nicht. Den brauche ich auch nicht. Alles, was ich nicht brauche, lass ich jetzt nämlich 4. So. Ah, halt, 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 halt. Was, 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 was? Pränke. Ja. Ja. Erstmal. Fünf Suppe mitnehmen. Dann auch. Warte ich erstmal ein bisschen schneller und so. Okay. Wir trinken irgendwie nochmal so gute 10 Stück mit. Das müsste dann ausreichen. Ich habe im Fabrikator noch eine Felsflasche für dich. Müsst du dann auch nochmal auffüllen mit Wasser. Wo sind die Tränke? Äh, warte. Hinter, nee, das ist. Ja, die 93. Okay. Vielleicht doch nochmal was essen. Damit auch voll bin. Ist nur gut die Idee, die Rüstung hier rein zu tun. So, Fleisch ist ja auch nichts mehr da da. Hm. Das habe ich in den, äh, Kühler gepackt. Das Räucherfleisch, meine ich. Ach so. Ich bin voll. Die drei Räucherdinger, die haben mich voll gemacht. Hm. Ich würde auch noch mir nochmal was reinhämmern. Ich würde jetzt erstmal kurz auf Toilette gehen. Ja, dann kann ich hier noch Sachen reparieren. Weil mein Schwert ist nämlich irgendwie leicht, äh, damage. Ey, das habe ich ja schon gemacht, aber, ja. Zum Reparieren brauche ich 399 Metallbahnen. Denk mich doch am Ärmel. Hm, war das kaputt. Hm. Alter. Kann ich noch nicht reparieren? Ach, an der Werkbank. Hm. Hm. Mach mal es halt hier. Egal. Da. Auch wieder Heiler. Mit meinem Wasser aufbüllen. Da. 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 ich glaube jetzt ein paar berüst der laufen ist man so gewohnt wenn man dann die rüstung nicht an hat kennt man es gar nicht mehr grüße dich retro von wem ne hatte ich nicht wieso es ist bestimmt eine laura 2.0 ich nehm gamma ich nehm nicht einfach ich nehm wirklich gamma glaubt ihr das aber es ist trotzdem heftig wie viele punkte kriegt man dafür aber du retro davon habe ich so viele die folgen und wieder entfolgen da könnt man nur ein buch drüber schreiben was ich da alles aufschreiben könnte welche das sind und 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 die ich über die tage bekomme von daher aber der name ist mir nicht geläufig manche zeigt das system bei mir dann auch gar nicht erst an weil sie halt zu kurzzeitig sind oder dann einfach gelöscht werden und für dich selbst deswegen dein chat geht steil deswegen ok na krass naja kein wunder naja wenn man sich sonst nicht anders zu helfen weiß zu rechts nicht links so da kommen sie ja schon da müssen wir ein bisschen schneller und ich eh schon mehr bewegungsgeschwindigkeit habe ich mach das jetzt wie katschan stürm 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 so sie so so er hat nur folgte nein nicht alle ernst das ist übel nur follower ja das sind dann die die echt traurig das kommt mir bekannt vor das hat das nicht auch schon mal einer gemacht und hat dann nur für abonnenten hat freigeschaltet irgendwie so bekannt vor als wenn man so sein kanal pushen könnte wenn man nicht kann dann macht man es halt so ich steh in flammen ich steh in flammen für feuer und flamme frank reinziehen schatz ja du hast die andere suppe nicht genommen ich kann das nicht benutzen eigentlich treibstoff du hast gesagt es waren die 93 warte mal ich auf dir meine hälfte raus danke Das Mal wir standen hier, Raptor. Ja. Autsch. Allgemein, böses Teil. Allgemein, böses Teil. Off da so zu grunzen, wir kommen hier um die Kurve. Allgemein, böses Teil. Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll das heißen, dass Apex schon mal besser aussah? Das sah doch gut aus, wir haben eine gute Figur gemacht. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Da treffe ich nicht. Du hast da so ein paar Spinnenweben wegen. Ja, du auch. Weiß sind wir doch noch gar nicht. Nee, aber anscheinend schon. Oh, du musst nachladen? Ja, ja. Ich halte gegen. Oh! Oh, jetzt hat die Waffe mich runtergeschossen. Ja, mich haben die Viecher halt runtergedrängt. Wahnsinn, ey. Oh, packt euch die Waffe aus. Ich hab's doch noch getroffen. Ja, ich hab's doch nicht die Waffe aus. naja jetzt ist ja auch arg dran, ne? aber ja, Apex hat sich ganz schön verändert, vor allem die Gegner, du. ja, es ist alles, krabbelt alles irgendwie so. oh, bis nachladen. oh, scheiß Wind. Na, mal um die Ecke. Och, nö. Oh, mein Scheiß. Oh, jetzt sind die vier, dude. Na ja, der ist definitiv mit seiner Bochwurst eingepennt. Och, ja, Wind, nö, 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 nö. Oh, jetzt muss ich nachladen. Nö, 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 n